Auweia, dieser Geldbeutel ist zu groß und schwer. Keine Bewegung, Mann. Ihr Geld gehört jetzt mir. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Es funktioniert. Ach, sind sie gekommen, um eine Wenigkeit zu retten. Halt die Klappe. Du wächst noch mehr, Jungfraumann, auf. Und dann wird er schnell mal aggressiv. Der stets wachsame Meerjungfraumann kann auch mit geöffneten Augen schlafen. Verflixt noch mal, lass ihn in Ruhe. Hör auf, ihr Rundzobrüll, nicht schlafe. Das bin nicht ich, du alter Sack. Ja, Anwesen. Ich bin hier drüben. Unverschämt. Ich war das nicht, wie weit glaubst du das? Entschuldigung mehr, Jungfraumann. Was willst du denn? Na, da bin ich ja mal gespannt. Das wird euch sicher freuen. Wir haben euer unsichtbares Bootmobil frisch angestrichen. Wie kann man nur so blöd sein? Es soll doch unsichtbar bleiben, ihr Trottel. Jetzt reicht's. Es wird Zeit, dass wir unser bequemes Leben aufgeben und aus dem Ruhestand zurückkehren. Da ist Böses im Bus. Böses? Ja, wo denn? Da ist es. Du weißt, was das heißt. Donutzer. Oh Mann, oh Mann. Sag den Schwur, Meerjungfraumann und Blaubausch-Bube-Veil. Wir dürfen einen Wasserball auf sie. Wasserball. Wasserball. Magenkranke, Muräne. Es funktioniert nicht mehr, Jungfraumann. Er absorbiert es einfach wie so eine Art böser Schwamm. Lassen hoch und los. Los, 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 los. Jetzt kommt der wilde Ballpool. Die Feinde, denen macht es wohl auch noch Spaß. Noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Jetzt, Meerjungfraumann. Wir brauchen Hilfe. Kredaturen der Tiefe, komm. Die Kreaturen der Tiefe haben etwas von ihrem Glanz verloren. Ihr Kreaturen, greift an! Zwick mich, ich glaube, ich träume. Mission erfüllt, Patrick. Ja, wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich fühle mich fünf Jahre jünger. Oh, es tut gut, wieder im Geschäft zu sein. Wir haben es geschafft, alter Sack. Wer bist du? Die neuen Abenteuer von Meerjungfraumann und Blaubausch-Bube. Unsere Helden sind mitten in einer Darmeschlacht. Peng. Knack. Gewinn. Das ist das Aquafon. Was ist los, Chef? Hallo? 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 Aufhängen. Ach, das Telefon geht immer noch nicht. Erinnere mich daran, es reparieren zu lassen. Setz hin. An was erinnern? An was erinnern? Werden unsere Helden ihr Telefon je repariert, kriegen das und viel mehr sehen sie nächste Woche. Wow, das war sogar noch besser als die alte Serie. Und das alles dank dir. Zwinker. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.